so jetzt gucken wir uns mal eine baustelle an wird ein hotel jetzt kriegen wir so was mal zu sehen live wie so was hier in vietnam gemacht wird ja so wird es gemacht alles aus diesem roten stein jetzt frage ich mich bloß wo hier reisen ob da eisen drin ist muss ja drin sein so sieht ein rohbau aus in vietnam hier haben sie die fliesen die fliesen pakete hier ah das wird hier ist noch eingeschalt da kommt das holz weg und dann verputzen tun die richtig sauber eigentlich ist bloß schade dass das alles andere so dahin gefuscht wird so die kleinigkeiten so rohbau mäßig das haben sie richtig gut drauf in vietnam aber es ist aber jetzt müssen wir mal hier gucken ich muss immer ein bisschen licht machen so schnell mal iphone rausgeholt taschenlampe ja die machen warum machen die nicht sauber warum bleibt das alles hier drin liegen warum ok gucken wir mal hier weiter ja es ist alles alles im rohbau hier 1 2 3 4 5 6 stockwerke alles sauber verputzt so die kanten und die ecken wenn die das dass das geht na ja nun haben die hier in vietnam unheimlich viel sand zur verfügung und zement und wird nur mit sand und zement wird dann verputzt ob man hier wie tier aussieht das ist ja schon der nachbar jetzt hier haben sie schon oben man sieht die klimaanlagen die schläuche das alles schon drin oben sieht man wieder diese diesen holzbock das wird ja alle mit mit dem motor und mit dem seilzug nach oben gebracht kran können die hier ja nicht aufbauen jetzt nicht so jetzt gucken wir mal jetzt gucken wir mal hier wollen wir ein bisschen vorsichtig weil die raumhöhen man muss immer vorsichtig sein das alles manchmal rennt man mit der birne irgendwo gegen so jetzt sind wir hier im ersten obergeschoss alles dunkel hier ich hoffe dass mit mit einer kleinen taschenlampe vom telefon hier ein bisschen licht drin kriegen kabel und elektrik ich weiß nicht warum warum nicht nicht ordentlich unter putz verlegt wird die haben hier haben sie eine stücke die hier drin und alles so wie wir das in deutschland kennen richtig elektrik unterputz schutzschalter und so erkennen die überhaupt nicht null leiter kennen die nicht grün grün gelb da hast du nur zwei farben plus und minus und so wird das hier verlegt und ihr baut mehr ist nicht schade drum ja so sieht es hier aus ja und zusätzlich wird noch gekocht auf der baustelle muss ja irgendwie alles funktionieren gucken wir mal weiter ja da haben sie eine unterputzdose gesetzt aber das ist alles muss man muss aufpassen hier ist keine länder dass man nicht runter fällt ja es ist ja in vietnam so die treppen die es ist ja alles schmal es ist alles eng stufen so wie wir weiß ich nicht 30 x 18 zentimeter oder 25 x 18 zentimeter stufen so weit so gibt ja hier keine dienen normen die die bauen wie sie bauen und fertig ist da stehen die fenster also wir sind im zweiten obergeschoss jetzt ja er macht hier die er macht hier die klimaanlagen da gucken wir mal ganz kurz mal angucken hier die klimaanlagen eingebaut werden so sieht es aus der klimaanlagen eingebaut die verrohrung naja da haben sie ja ahnung von ja die scheine ernst gut auszusehen ja wie gesagt gerade der aufzug meine meine lampe hier der aufzug aber wir müssen mal gucken dass wir das irgendwie ja wird der aufzug naja der schacht der kern innen aber meine kamera hat echt schwierigkeiten bei der dunkelheit hier auch das alles scheiße aber wir müssen mal gucken dass wir das irgendwie versuchen hier so eine baustelle mal im bild festzuhalten so ja wc wc ach der fliesenleger ist am werk ja der fliesenleger ist am werk die machen alles mit da ja da trocknet die trocknet der beton also die machen das nur mit beton der fliesenkleber so wie wir fliesenkleber kennen schön sämilch und cremig das haben die nicht die machen das alles mit beton und wer arbeitet hier auch mit fliesenkreuzen also sieht auf den ersten blick sauber aus naja waagerecht und rechtwinklig ist in vietnam nichts ja also rechtwinklig im raum und richtig gerade wenn gibt es nicht ja in vietnam dass sie bauen so wie sie bauen ein haus wird hochgezogen so wie grundstück aussieht und wenn ich 45 grad hat 90 grad 30 grad ist egal wird alles gebaut so wie das grundstück aussieht so hier sehen wir den fliesen hier haben wir jetzt klassisch den vietnamesischen fliesenleger so ich kenne ja in deutschland so doch der kleber ist sehe mich aber er ist er ist zement halt ja der kleber sieht fast so aus wie bei uns aber nicht so nicht so sehe mich also die der zieht schnell an das ist wie zementmöbel ja so stelle ich mir unheimlich schwierig vor zu fliesen da sind diese diese kleinen fliesen diese das noch eine pappe drauf dass die oberfläche nicht verletzt wird aber die haben keine grundierung keine grundierung und also wie mit zementmöbel geklebt also stelle ich mir richtig kompliziert und schwer vor so naja dann haben sie die höhe unten dann fangen sie an die fliesen nach oben er machte im prinzip so wie ich es auch machen nur jetzt ist natürlich klar jetzt hat er diesen und der beton zieht sofort an er muss natürlich schnell arbeiten weil er weil gerade weil dieses zeug so schnell anzieht hat er nicht viel zeit die fliese ausgerichtet funktioniert ja da wird erst mal angeklebt und die ecken werden geschnitten ja fliesen legen in vietnam so da ist jetzt irgendwas laut keine ahnung ich gucke jetzt trotzdem hier noch mal schnell haben sie kies noch zu liegen warum eine baustelle so aussieht nicht aufgeräumt nicht ordentlich also verstehe ich nicht also würde in deutschland vom unfallschutz her ja nicht haben sie latschen an ja keine festen arbeitsschuhe das wahnsinn so hier haben sie den 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 revisionsschacht hier die ganzen rohre drin ja abfall abfluss wasser alles die haben wir hier in vietnam einen großen vorteil ja mal keine wind da ja ohne nicht auf forst oder so was achten und ja das haben wir eben hier sehen gut dann gucken wir mal weiter jetzt jetzt ins dritte ok dritte oder vierte habe es nicht mit so kommt der handwerker dann lassen wir erst mal runter den handwerker lassen wir erst mal runter da kommen die nächsten handwerker hat eine hildi eine kleine die braucht man schon immer vorsichtig hier ist keine länder wenn ich jetzt hier stolper ist natürlich problematisch so dritte ok also wie gesagt du stehst hier wenn du hier ein bier getrunken hast auf der baustelle du knallst hier runter hier ist keine abzäunung kein holz kein kein gar nichts hier haben sie schon ein bisschen ordnung hier oben haben sie die unterputzdosen drin haben hier oben die die klimaanlagen die leitungen drin alles das warum ist das nicht unterputz aber wahrscheinlich kommt die gibt es vor genau die werden noch abgehangen mit riechips die decken und jetzt gucken wir mal hier hier ist fertig gefließt aber wie gesagt in vietnam in vietnam guckt nicht nach die fugen obwohl die hier haben sie relativ gut gearbeitet hier haben sie sauber gearbeitet habe ich schon schlimmere hier sehen ja auch ein hotel wird ein hotel hotel hier sehen wir wieder den schacht verrohrung ja dazu musste ja gemacht werden als alle das plastik die ganzen die haben ja nicht die haben ja nicht in vietnam so viel druck auf den wasserleitungen weil meistens von oben stehen diese tanks die werden durch der sonne durch die sonne wird das wasser erwärmt natürlich nur durch die durch den durch den druck von dem gewicht von dem wasser mehr und mehr druck hast du nicht auf den leitungen drauf darum ist alles aus kunststoff hier so sieht es aus so sieht es aus naja doch mit riechips noch aber hier alle diese plastik leitung diese plastik leitung müssen ja keine müssen ja nicht so viel druck aushalten also das haben sie nicht ja das funktioniert schon funktioniert ja seit jahren ja und dann haben wir wieder die fenster die haben ja in vietnam ja mehr in vietnam machen sie näher hier ist ein schiebefenster und dann wird meistens von innen vergittert und weiß ich nicht wie das hier bei dem hotel ist aber von innen denn die gitter und die fenster in einem regelfall nach außen auf du kommst nicht ran zum saubermachen also ist blöd aber hier scheinen sind ja doch ein bisschen anders gelöst zu haben mit dem schiebefenster das hotel ist ja doch ein bisschen anders gebaut als ein privathaus so jetzt gucken wir mal hier ein bisschen mehr licht hier oben ja überall kies liegt um keine ordnung auf den baustellen keine ordnung linke fliesen um die reste liegen rum ja so hier haben sie natürlich eine schöne große aber warum nur einfach verglast nur einfach verglast jetzt keine doppel verglasung nur eine doch ist doppelt verglast ist doppelt verglast jetzt hier haben sie doppelt doppelte glas drinnen ja ah ja ist schon besser ist schon besser so man sind die laut so hier hast der fliezenleger ich will noch mal kurz gucken hier wie der fliezenleger hier im vierten ober hier schon schreitet so jetzt gucken wir uns das mal hier an hier ist besseres licht ja es sieht es sieht sauber aus es sieht sauber aus die übergänge sind okay es sieht es ist qualitativ sehr gut hier gearbeitet mal die x wenn man rüber fest alles ja hier die fuge ist ein bisschen okay nicht so schlimm aber die machen hier alles mit naja das wird nachher die pappe wird abgemacht dann wird's verfugt muss natürlich aus den fugen muss das natürlich raus wenn das hart wird ist klar kannst du das ja der kleber ist der kleber ist doch jetzt ist jetzt jetzt merke ich es so sehe mich wie der kleber bei uns dann geht es dann geht es dann kannst du das so machen ja so wird sie macht wasserwaage wasserwaage habe ich hier nicht gesehen wird mit der schnur und lot gemacht cool mit schnur und lot wird hier gebaut wasserwaage resa nebel hier fehlt anzeige nicht vorhanden und so mache ich es auch ja 45 grad so fließe ich auch gut sieht sauber aus hast nicht diese ollen plastik kannten du hast die die 45 grad hast dann eine schöne drei millimeter fluge und dann sieht das auch sauber aus also so ist das erstmal so ist das erstmal hier in vietnam mit der bauerei gut gucken wir mal weiter sieben geschossen soll es sein wurde mir gerade eben ihr sagt so hier ist dann irgendwie der verteiler kasten hast du nicht gesehen ach ja telefon internet ja klar logisch wichtig im hotel immer funktionierendes internet und wlan hier gefährlich jetzt war hier fertig also sieben geschossen wird auf jeden in die offizien nämlich schoss vier zimmer oder drei zimmer wird ein richtig großes hotel hotel die klimaanlagen die die da ist alles die ganze verkabelung die der vorlauf der rücklauf alles an einem strang so kommen wir mal weiter hier so nächste geschoss 56 keine ahnung vergessen und hier auch wieder das problem wenn du hier runter fällst unglaublich unglaublich hier auch fertig Fliesenreste nicht weggeräumt Bauschutt überall Wahnsinn hier nächste badezimmer naja sind drei zimmer oder vier zimmer pro etage sieht richtig gut aus hier oben guck mal hier haben sie jetzt schon hier haben sie schon mit rot band weiß putzt oder irgendwie so was haben sie verputzt haben sie sauber haben sie sauber verputzt Gips naja Gips Gipshaft putzt so wie der Rotband bei uns oder der Goldband den wir kennen aus dem Baumarkt so ein Zeug ist das hier naja ja das ist das ist das ist bröseliger irgendwie naja es ist Gips scheint wohl Gips Gips Kalk halt ja irgendwie zu sein ja so hier haben sie ein schönes Fenster eingebaut bisschen mit Rundenbogen und doppelt verglast ja es ist doppelt verglast guck mal hier siehst du noch mal die die Stromleitung ist ja in Vietnam alles von außen ja wir sind hier am vierten fünften ja am fünften durch nee wir sind fast oben naja wenn diese wenn das verputzt ist da kommt dann nur Farbe drauf also Tapete Tapete in Vietnam äh gibt's nicht du kannst in Vietnam nicht tapezieren weil warum es ist zu feucht ja und wenn du wenn du Tapete machst wenn du tapizierst in Vietnam und die Luftfeuchtigkeit von 80-90% die fällt ja ab irgendwann mal ja also deshalb wird nur verputzt die haben hier auch noch nicht mal diese diese Aluminiumkanten äh haben sie nicht die machen das alle die machen das alle so wenn ich das jetzt putze würde ich so ein Aluminiumprofil setzen um eine schöne saubere Kante zu haben um es dann abzuziehen drauf so aber wie gesagt die kriegen es ja auch ohne diese Hilfsmittel kriegen sie ganz gut hin ja man sieht hier man sieht es nicht hundert prozent gerade die XL ja da hab ich schon viel viel schlimmere Sachen in Vietnam hier sehen also das ist ja der muss das natürlich hier noch abbreiben irgendwie mit ein bisschen Säure oder was ja dann machen sie immer die Duschen dann machen sie die Duschen immer so dass hier fünf Millimeter Zentimeter tiefer ist dann hast du die Toilette das ist ein bisschen naja ist ein bisschen außergewöhnlich ein bisschen gewöhnungsbedürftig wie hier Badezimmer in Vietnam gebaut werden ein bisschen anders als wir das kennen ja also von den von den Putzarbeiten her äh sehr sauber von den Putzarbeiten her kann ich nur sagen sehr sauber aber wie gesagt die Feinheiten naja Installation und so reden wir nicht drüber kein EU-Standard Rohbau können sie Rohbau können sie richtig gut ja soweit jetzt gucken wir mal große Baubesichtigung hier der Architekt der Bauherr alle sind zugegen ja Handwerker er ist hier ich weiß jetzt nicht er ist der Architekt Bauleiter Architekt Bauleiter ja der andere ist Geldgeber wir haben ja Geld hier richtig viel Hotel wird dann vermietet und dann wird noch mehr Geld verdient ist ja alles nicht so wie in Deutschland mit dem Finanzamt dass sie dir da drangsalieren ist ja hier alles ein bisschen einfacher in Vietnam steht man ja doch nicht so unter Druck hier gucken wir nochmal auf die Straße hinten ist das Wasser ja gut gucken wir nochmal weiter ob wir hier noch irgendwie nach oben kommen mal sehen so es gibt hier jetzt mal gucken hier ähnliches Bild doch hier gucken wir nochmal ah der Fliesenleger wieder bei der Arbeit hier sehen wir oben die Stränge die Klimaanlagen die haben wahrscheinlich hier von mehreren nee die haben hier von von allen Zimmern das sind ja das sind ja Split Klimaanlagen und das kommt von 1 2 3 4 5 also denke ich mal 5 Klimaanlagen 5 Zimmer sind denn alle Klimaanlagen hier draußen die Split Geräte die Außengeräte sind dann an der Wand hier außen dran und die die Innengeräte dann entsprechend jeweils ein Stück in einem Hotelzimmer so ich mach mal hier nach oben äußerste Vorsicht die Booten die Dachgeschosse sind immer etwas niedriger in Vietnam ich hab richtig Angst ohne Eländer hier dass man hier ausrutscht und ja ja die sind immer höher auch hier wieder Badezimmer fertiggestellt ach hier haben sie haben sie eine Wanne geklebt also machen sie es doch wie bei uns eine Wanne geklebt und dann dass eben halt eine Sperrschicht vorhanden ist dass kein Wasser irgendwie ins untere Geschoss durchsiegert wenn mal ein kleiner Riss irgendwie entsteht also das machen sie so wie bei uns naja muss ja auch muss ja isoliert sein ach hier oben haben wir ein Balkon steht das Wasser jetzt hier egal guck ich mal alles Beton und die Kanten die Kanten sehen richtig akkurat aus obwohl die ich hab hier noch nicht eine Wasserwaage gesehen und alles ist irgendwie augenscheinlich gerade da hinten auch wieder ein Haus im Bauch es wird überall gebaut überall hier ah da hinten ist das Wasser wir sind hier ziemlich weit am Wasser gucken wir mal hier nochmal ah da hinten haben wir die Brücke Hanoi alles mit Blech zugepflastert da ist kein Zentimeter irgendwo noch frei schon Wahnsinn wie die hier bauen so ah das war mal ein kurzer Blick nach draußen könnt ihr hier nochmal gucken ja das ist die Scheiße das ist die Scheiße die Fenster gehen nach außen auf ich weiß nicht ich weiß nicht warum die Fenster immer nach außen auf gehen in Vietnam das ist zum Kotzen wie willst du denn das Scheißding hier putzen von außen wie willst du das Fenster hier von außen sauber machen das ist unglaublich wie kann man sowas nur so bauen ja und hier von wegen drei Meter Abstand zum Nachbarn vergiss es gibt es in Vietnam nicht Haus an Haus wird gebaut ja irgendwie sind es doch sieben Stockwerke es geht ja doch noch weiter hier hoch jetzt habe ich natürlich Wasser in den Schuhen die sind glatt und jetzt natürlich wirklich richtig vorsichtig hier Höhenangst kommt noch dazu boah noch eine Etage höher sechs oder so gigantisch auch wieder Badezimmer fertiggestellt ah da drücken sie wahrscheinlich die Leitung ab dass sie dicht ist naja so sieht es aus hier auch wieder oh der Balkon ist aber hier schön groß ja da gehe ich jetzt nicht rauf ist alles voller Wasser ach hier haben sie die hier haben sie noch die ganze Verrohrung ja der Ausblick ah ich denke dieses Hotel wird gut funktionieren hier wenn es dann mal irgendwann fertiggestellt ist ja adänt ja 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 Ja, er schneidet diese Fliese 45 Grad. Die Kante. So mache ich das auch. Wird immer sauber. So, jetzt sind wir oben. Jetzt sind wir ganz oben hier. Mann ist das hoch. Wahnsinn. Ah, dieser Ausblick ist natürlich... ... 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